Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Ich nehme euch heute wieder mit in meinen Planer und zeige euch, wie ich die Kalenderwoche 4 gestalte. Ich war echt überrascht, dass das Video, oder das letzte Video vom Planer, so viel besser angekommen ist als die Karte. Und ja, es freut mich natürlich. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das behalte ich erstmal so vor, dass ich halt auf jeden Fall die Wochendeko mitdrehe und wenn ich das dann schaffe, auch noch eine Karte dazu oder vielleicht auch mal mehr als zwei Videos. Ich weiß es nicht. Ich fange wieder an, meine blanko gepunkteten Einlagen zu unterteilen in erstmal sozusagen drei große Kästchen und das letzte Kästchen wird dann halbiert, weil das halt fürs Wochenende steht, Samstag, Sonntag. Meistens mache ich am Sonntag nicht viel oder sitze halt überwiegend hier am Schreibtisch und da brauche ich eigentlich auch nicht viel Platz zum irgendwelchen Termine eintragen oder ähnliches. Dafür benutze ich wieder meinen radierbaren Stift. Den habe ich bei Thalia gekauft und der hat von Anfang diese lilane Tinte drin. Die habe ich bis jetzt tatsächlich immer noch nicht aufgebraucht, obwohl ich den schon so lange nutze. Und ja, ich habe mich entschieden, dieses Mal mit einer Schablone zu arbeiten. Viele werden sie wahrscheinlich kennen. Das ist eine von Teddy. Ich meine sogar, dass sie noch im Sortiment ist. Das ist eine Art Spitzdeckchen. Und ich habe mich entschieden, dieses Mal mit meinen Distress Inks zu arbeiten. Dafür nehme ich meine Blending Brushes. Ich habe für jede Farbe einen Pinsel. Das heißt, für Blau habe ich einen. Das heißt, ich benutze Dunkel- und Hellblau mit demselben Pinsel. Den muss ich halt zwischendurch sauber machen, falls ich dann zu krasse Farbenunterschiede habe. Ich habe mich auch entschieden, das Ganze auch mit Lila abzusetzen, weil irgendwie so Türkis oder Blau und Lila sind ja so meine Lieblingsfarben. Und bis jetzt habe ich den ganzen Monat halt in den Farben gestaltet. Also hat sich das ganz gut angeboten. Ich habe hier mit einer magnetischen Unterlage das Ganze fixiert und schiebe mir das halt hin und her, so wie ich das gerade brauche. Die Magnete halten die Schablone fest und die verrutscht dann halt auch nicht so schnell. Das finde ich schon ganz gut. Vor allem das Lineal hat schon ordentlich Haltkraft. Es gab ein ähnliches, eine ähnliche magnetische Matte direkt auch beim Action. Die habe ich nicht gekauft, weil ich halt schon die von Nellis Nellen hatte. Ich sehe es nicht ein, nur weil es günstig ist, zweit davon zu kaufen. Das ist absolut unnötig. So, ich habe in der Mitte eine fast komplette und an den Kanten halt immer so ein Stückchen von der Schablone schabloniert. Dann habe ich mich entschieden, mit derselben Stempelfarbe, diesmal halt das hellere Blau, und ein bisschen Wasser Sprenkler zu setzen. Dafür benutze ich halt meine Spritzkiste. Also es schützt nicht komplett den Schreibtisch, aber es sorgt dafür, dass man halt ein bisschen die ganze, ja ich sag mal, den Dreck an einer Stelle hat. Ich habe jetzt auch mit dem Lilanen den Rest vom Wasser sozusagen verrührt und auch mit dem Pinsel dann einfach Sprenkler gesetzt. Das hellblau ist wirklich sehr hell und das Lilanen ist etwas kontrastreicher. Hier habe ich ein Stempelset von Action, habe mir dann ein Fännchen und das Wort Week ausgesucht und aus einem Actionset sind das die Wochentage. Es ist leider schade, dass überwiegend die Wochentage in Englisch sind. Ich habe auch, glaube ich, nur ein einziges Stempelset in Deutsch, alles andere ist Englisch, aber mein Gott, also Wochentage können wir ja wohl noch halbwegs unterscheiden. Und ihr könnt natürlich auch das von Hand schreiben. Ich finde es halt einfacher, dadurch, dass ich die Stempel schon habe, die auch zu benutzen. Habe natürlich meine Stempelhilfe rausgeholt, habe mich dann entschieden, den erstmal nur Week, Montag, Dienstag, Mittwoch zu stempeln. Habe wieder ein Chark Ink von Action, also Kreidestempelkissen. Die drücken halt nicht so stark durch, die sind nicht so stark pigmentiert. Die bleiben also mehr auf der Oberfläche, was gerade bei diesen dünnen Blatteinlagen schon vom Vorteil ist. Ich habe diesmal mich für Lila entschieden. Habe das Ganze noch ein bisschen wiederholt, weil mir die Tinte teilweise nicht vernünftig abgestempelt war. Ja, wie immer natürlich nach der Benutzung eure Stempel sauber machen. Es muss ja nicht viel sein, ich mache auch nur Wasser dran. Und mit dem Mikrofasertuch wird das Ganze dann halt sauber gerubbelt und getrocknet. Und natürlich auch direkt auf die passende Stempelplatte zurückräumen. Bei den Wochennummern habe ich mich für dasselbe Set entschieden, wie auch die letzten drei Wochen. Da wollte ich schon ein bisschen konstant bleiben. Ich habe halt nur die vier gestempelt, auch im selben Lilaton. Auch wieder sauber machen, wegräumen. Wenn ihr das routiniert immer und immer wieder macht, geht das euch dann irgendwann in Fleisch und Blut über. Und ich finde, unsere Sachen sind nicht gerade günstig und wir können die auch vernünftig behandeln. Hier ist die Flagge aus dem Action-Set. Da habe ich dann ein kontrastreiches Blau dazu genommen und habe dann zu jedem Wochentag halt dieses Fändchen gestempelt. Da trage ich dann später die Zahlen ein. Hier unten würde meine Stempelhilfe die Stempelfarbe abbekommen. Da ich das halt selber nicht so gerne mag, kommt ein Schmierzettel drunter. Das hilft euch halt dabei, eure Unterlage sauber zu halten. Beim Schmierpapier haben wir, glaube ich, alle da. Das gleiche Verfahren auch auf der rechten Seite. Die Wochentage ausrichten und Ganze abstempeln. Mir ist das leider zu spät aufgefallen. Hm, Blau. Die linke Seite ist lila, die rechte Seite ist blau. Im Nachhinein, ganz ehrlich, das macht keinen großen Unterschied. Also man könnte meinen, es war auch so gewollt. War es eigentlich nicht, aber deswegen erzähle ich euch das. Ich bin da sehr transparent. Ich bin ehrlich zu euch. Ich möchte hier keinen zu irgendwas überzeugen oder irgendwas euch andrehen. Ich sage immer wieder, benutzt das, was ihr habt. Es gibt inzwischen bestimmt bei jedem irgendwas Ähnliches, was er verwenden kann. Und wie gesagt, was ihr nicht habt, druckt euch das aus. Schreibt es von Hand, malt von Hand. Es ist ja nicht notwendig. Ich sage nur, ich habe das da und benutze das einfach. Das ist jetzt auch mein Ziel für 2024, so viele Material wie möglich auch tatsächlich zu verwenden. Hier habe ich meine Tischlampe eingeschaltet, weil irgendwie fand ich, das war gestern ein bisschen sehr duster bei uns und die Deckenlampe von mir hat das irgendwie nicht so vernünftig ausgeleuchtet. Bei sonnigen Tagen ist das absolut gar kein Problem oder vormittags am Aufnehmen. Aber wenn man halt so düstere Tage manchmal hat, ist das schwierig. So, nachdem ich mit dem Fähnchen durch war, habe ich auch den Stempel natürlich sauber gemacht, weggeräumt. Habe dann ein paar alte Schätze, da sind diese ganz gelben Stempel von mir links rausgekramt. Dann ein etwas neueres Motiv, habe gerade meine Restekiste ins Bild gehalten. Also Aquarellpapier bis auf den letzten Zentimeter, das wird bei mir aufgebraucht. Es ist teures Papier, es ist gutes Papier. Warum sollte ich das wegschmeißen? Und wie ihr seht, manche Reste sind so groß, da passt auch noch ein oder sogar zwei Stempelmotive drauf. Ich benutze das Kabel-Ink, ich meine Espresso müsste es sein. Nein, oder? Schwarz, genau. Blacksuit hatte ich diesmal. Ach, bin schon wieder vergesslich. Habe dann die Handschuhe zweimal abgestempelt. Also das Ergebnis ist nicht komplett hundertprozentig sauber. Das ist ein, ich sag mal, relativ ausgefülltes Motiv. Eine Art, ja, wie sagt man das, mit Schattierungen und so weiter. Und auf Aquarellpapier, was nun mal strukturiert ist Papier, kriegt ihr halt keinen so vernünftig sauberen Abdruck hin. Beziehungsweise, da müsst ihr sehr viel Geduld mitbringen und sehr viel Kraft. Und ich sehe es nicht ein. Also für mich hat das ausgereicht. Zum Beispiel hat der Pinguin viel besser abgestempelt, dadurch, dass er quasi größere Fläche hat. Zumindest der Pinguin selber, diese, sag ich mal, schwarze Fläche, die ist viel besser. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es abgestempelt. Habe dann meine Distress Ray Inca Palette rausgeholt, meinen Wassertankpinsel und ihr seht, ich habe auch schon meinen Acrylblock zur Seite. Da habe ich noch die Reste vom letzten Mal. Und ich habe noch ein Taschentuch da an der Seite, wo ich meinen Pinsel halt zwischendurch sauber mache. Ich habe mit Rosa angefangen, habe halt die Wangen, die man quasi auch im Winter, ich glaube, wir haben alle rote Wangen, wir will rausgehen und frieren. Und ich finde das ganz niedlich. Ich mag das bei vor allem süßen Motiven. Und ich finde dieser Pinguin, der ist einfach total knuffig. Ich habe mich total verliebt. Ich hatte ihn letztes Jahr bestellt und ich hatte den hier und auch für meine Freundinnen, meine Bastelfreundinnen, die kriegen immer Adventskalender von mir, selbst gebastelte. Und da war halt auch dieser Pinguin dabei. Und ich konnte es nicht abwarten, habe dann auch direkt Weihnachtskarten damit gebastelt. Ich habe gedacht, ja, darauf warten, dass die Mädels das auspacken und dann erst im nächsten Jahr das benutzen? Nee. Ja, da hatte ich dann den Pinguin tatsächlich auch schwarz embossed. Das könnt ihr ja natürlich auch mit allen Stempeln machen. Hier habe ich ja direkt mit dem Alkabel-Ink eine nicht auf Wasser basierende Tinte gestempelt, weil es halt sehr wichtig ist. Das Stempelkissen und das Medium, womit ihr dann hinterher ausmalt, müssen halt kompatibel sein. Ihr könnt hier zum Beispiel, klar, ihr könnt auch mit Memento stempeln, aber es kann durchaus passieren, dass euch das Memento halt ein bisschen verläuft, wenn ihr dann mit Wasser rangeht, weil Memento auf Wasserbasis ist. Ist total genial für Alkoholmarker, weil Alkohol löst kein Wasser an. Das ist halt dann, aber dadurch, dass ich überwiegend tatsächlich mit Aquarell oder wie hier mit Distressfarben, was eigentlich in dem Grunde dasselbe ist, ist ja auch auf Wasserbasis, koloriere oder mit Aquarellstiften. Hin und wieder versuche ich mich tatsächlich auch mal an den Alkohol-Inks, beziehungsweise ich habe die Twin-Marker von Action. Ich habe schon von vielen gehört, die sollen nicht besonders gut sein. Ganz ehrlich, für das, was ich mache, reicht das aus. Und ich bin ein absoluter Anfänger bei Alkohol-Inks, beziehungsweise Alkohol-Markern. Alkohol-Inks ist ja schon wieder was anderes. Ja, und ich habe vor Jahren mit den Distress-Reinkern angefangen zu kolorieren und ich war total begeistert, weil ihr braucht quasi nur noch ein bisschen Wasser hinzufügen und könnt dann die Farbe nach eurem Belieben dosieren. Das heißt, wenig Farbe, konzentrierte Farbe, die rauskommt. Macht ihr mehr Wasser dazu, habt ihr dann halt einen viel helleren Auftrag. Was natürlich auch jetzt auf Aquarellpapier besonders gut zur Geltung kommt und auch besser sich, ich sage mal, verblenden lässt oder verwischen lässt oder bewegen lässt, wie auch immer. Das heißt, ihr könnt wirklich wie jetzt hier einfach eine Ecke mit Farbe auftragen und dann mit dem Wassertankpinsel, wo Wasser ja schon mit drin ist, einfach nur noch die Farbe bewegen und verteilen. Natürlich koloriere ich nicht so schnell, wie das jetzt im Bild dargestellt wird, aber ich möchte euch halt auch mit diesen ganzen Videos nicht langweilen. Ich finde es manchmal auch selber anstrengend, wenn ich dann Videos von anderen Content-Creatoren schaue und da wird halt eine halbe Stunde an einer Karte gebastelt, die normalerweise, ja, gut, wenn man die Materialien zusammensucht und so weiter und so fort. Aber ich sage mal, für mich wäre es Viertelstunde und eine halbe Stunde dann zuzuschauen und, naja, ist nicht meins. Da ist, glaube ich, jeder auch ein bisschen anders, kommt natürlich auf den Geschmack an. Da möchte ich auch keinen kritisieren. Ja, ich habe dann meine Schere zur Hand genommen und dann die fertig kolorierten Motive dann auch anschließend von Hand ausgeschnitten. Wie auch immer, sage ich, bewegt das Papier, nicht die Schere. Die Schere haltet ihr eigentlich ziemlich fest. Das erleichtert euch das Ausschneiden. Ich habe mich hier entschieden, ein bisschen einen weißen Rand zu lassen, also wirklich hauchdünn. Ich mag das auch nicht, wenn der Rand irgendwie zwei Millimeter ist. Das ist mir schon zu viel. Aber so ist der Übergang zum Papier, das die Unterlage bildet am Ende, weicher. Wenn ihr halt wirklich an der Kante genau ausschneidet, müsst ihr dann wieder die Kanten einfärben. Und das könnt ihr euch halt tatsächlich ersparen, indem ihr einen Rand dalasst. Das hat auch ein bisschen so den Stickereffekt. Ich meine, muss man mögen. Ist auch nicht jedermanns Geschmack, das weiß ich auch. Aber ich zeige euch halt die Variante, wie ich das mache. Und ja, ich hatte mich da irgendwie bei der blauen, beim blauen Handschuh fehlt mir da ein Stück von dem Band. Aber ich fand das jetzt nicht so drastisch auffällig. Ich habe das halt einfach dann einfach so gelassen. Ich habe mir überlegt, vielleicht schneide ich das auch auseinander, dass ich das Band gar nicht mit in den Planer einklebe. Am Ende habe ich tatsächlich so einfach, wie es war, verwendet. Und ich finde, dass das fast gar nicht auffällt. Die Motive sind jetzt auch wirklich simpel. Also es ist kein filigranes Ausschneiden. Das sind grobe Motive. Und das geht eigentlich rucki zucki. Jetzt hole ich nochmal meine Stempelhilfe raus. Ich habe mich entschieden, noch ein paar Schneeflocken im Hintergrund zu stempeln. Dafür muss ich erstmal gucken, wie viel Platz habe ich überhaupt. Habe dann erstmal meine Stempel oder gestempelten und ausgemalten Motive draufgelegt, um zu gucken, wie viel Platz ich habe und wo ich die Stempel dann positionieren kann. Zoome auch ein bisschen raus, weil das habe ich übersehen. Und ich stempel mit derselben blauen Farbe, wie auch vorher die Wochentage und die Fähnchen. Und verteile einfach die Schneeflocken. Ich kann euch tatsächlich nicht sagen, aus welchem Jahr und von welchem Hersteller diese sind. Die haben sich halt wirklich über die Jahre dann vergilbt, verfärbt. Was aber dem Stempel, sage ich mal, nicht schlecht tut. Er kann, also ihr könnt es weiterhin gut verwenden. Und es kommt halt aufs Material an. Inzwischen sind die Hersteller auch, sage ich mal, klüger und haben daraus gelernt. Und die Stempel, ich glaube, das sind noch Silikonstempel. Silikon ist halt anders von der Beschaffenheit als Polymer. Die sind auch, also Polymer ist tatsächlich porös. Das heißt, die verfärben sich zwar auch, aber nicht durch Sonneneinwirkung, sondern einfach durch die Stempelfarbe, die ihr benutzt. So, wir sind eigentlich schon so ziemlich fast durch. Ich muss eigentlich nur noch die Woche eintragen, also mit dem Stift von Hand. Und eigentlich nur noch die fertig kolorierten Motive aufkleben. Habe mich dann entschieden, so ein bisschen Washi-Tape zu verteilen. Ich habe auf dem Schreibtisch, beziehungsweise auf meinem Regal rechts von mir, ein paar Washi-Tape-Rollen, die ich eigentlich ständig verwende. Ich habe nur das Lila aus der Schublade geholt. Ich habe so viele Bänder, ich weiß gar nicht, wohin damit. Das hat irgendwie, erst jahrelang habe ich mich gesträubt, Washi-Tape überhaupt zu kaufen. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Planen angefangen und mit Kalendern und habe dann festgestellt, ja, das ist schon ganz praktisch. Es ist hauchdünn. Es macht eure Seiten also nicht unbedingt dicker. Wenn ihr zum Beispiel mit Designpapier arbeitet, das macht natürlich schon ein bisschen mehr Gewicht und hinterher ist das Schreiben auf euren beklebten Seiten dann halt auch nicht gerade einfach. Wie immer benutze ich eine Kombination aus doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber. Das ist wie immer Takey Glue vom Action. Ich weiß es auch nicht, jedermanns Kleber. Der ist halt etwas flüssiger als die meisten. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, funktioniert er auch. Also ich habe damit kein Problem nach dem Aufkleben. Gewicht drauf. Das hilft halt dabei, dass der Kleber sich vernünftig verteilt und setzt und keine Hügel entstehen. Bei den blauen habe ich ein bisschen rumhantiert. Ich wollte sie halt nicht genau gleich ausrichten wie die anderen, damit das halt ein bisschen interessanter bleibt. Auch da wieder Gewicht drauf. Hier seht ihr meinen Stift. Das ist auch derselbe Stift, mit dem ich auch die Linien vorher gezogen habe. Habe dann die Woche eingetragen und jetzt fehlen auch die Wochentage mit dem sogenannten Fake Latering. Das heißt, ihr zählt halt wirklich die Downstrogs, nennt sich das. Also die Linien, die nach unten gehen, von oben nach unten. Die macht ihr etwas dicker und dann sieht das ein bisschen interessanter aus. Also ich mag das. Habe hier das überstehende Washi-Tape abgeschnitten und dann so ein bisschen unterm Pinguin gesteckt. Funktioniert. Das war es auch schon. Die Wochendeko ist fertig. Ich habe diesmal ein paar andere Fotos aufgenommen, weil ich finde schon, dass mein Planer recht groß ist mit A5 und in meine Fotobox, die inzwischen ja kleiner ist als früher, passt da ein bisschen schlecht rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da. Abonniert meinen Kanal. Es hilft halt weiter. Es hilft, dass die Leute dann aufmerksam werden auf mich. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.